So geht's auch. Die SCAR geht gut ab. Auch nicht meine Waffe. Ehrlich gesagt. Oh shit, oh shit. Knappe Kiste. Au, 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 au. Ey, ey. So. Let's go. Oh. Er tut mir halt ein bisschen leid, ne? Er tut mir halt ein bisschen leid, Digger. Aber nur ein bisschen. Gut, was mach ich mit meinen 22k, ist die question, Leute. Äh, Turbo, nee, genau das, was ich brauche, ja, nö. Das mit dem roten Laser reicht an sich. Äh, plus die Gegner sehen mich nicht. Ja, das ist das Gute. It's too strong. It's simply too strong. Wupp, 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 wuuu. Wupp, wupp, wupp. Wupp. Wupp, wupp. Renetti. Renetti. Free Teddy. Spiel mir an, Clenetti. Was ist das? Was passiert hier, Digger? What? Wieso war ich so schnell? Was ist grad passiert? Entschuldigung. Was ist grade passiert, Digger? Holy shit. Wie fahr ich bitte so schnell? Höllschirmbug, den kann man bewusst triggern. Hm, lässig. Warte mal, Digger. Jetzt pimmelt er wieder rum hinter der Wand, weißt du? Die ganze Zeit. Feindliche Drohne über uns. Weniger als 10 Feinde sind übrig. Ficker, Digger. Einfach nur Ficker. Geh ficken, du Ficker. Ja, zwei Seiten. Zwei Seiten, Digger. Wieso stehen die beiden Typen auf derselben Seite und beschießen sich nicht gegenseitig, sondern beide mich? Das sind immer so Momente, wo ich mir einfach frag, so... Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die beide von derselben Seite auf mich schießen, aber nicht auf sie gegenseitig? Oh, gut. Feindliche Drohne über uns. Damit haben wir auch das Geld. Jetzt brauchen wir nur einen Shop. Hier ist gar kein Shop in der Nähe, ne? What the fuck, man? Weißt du, die MP5-Hart, Digger? Mit Thermal? Oder Nachtsicht oder sowas? Junge, du verreudeter Scheißkerl, Mann. Ich hasse solche Camper, Mann. Digger, wer kackt solchen Leuten so hart ins Gehirn, Mann, dass er hier in der Scheiß-Ecke lauern muss, Mann. Oh, fuck. Oh, Netti. Hier war doch grad noch ein Dude, Mann. Wo ist der Dude denn jetzt hin? Da haben wir einen. Junge, die Renetti, Mann. Die Renetti saved mir den Ass, ne? Shit, Digger. Für 17 Kids müsste ich jetzt jeden Gegner töten. Das wird leider... Jo. Das wird da leider nichts. Das ist besser. Das ist besser. Uff. Nee, schaff ich nicht mehr. Es leben noch sechs Gegner. Nicht mehr, fünf Gegner. Gerade. Feindliche Drohne über uns. Auf Gas kommt. Und dann? Ja, ich weiß es gut. Der ist Mikrofon. Es ist Cutter. Das ist Einkünziger. Oder ist das? Nein, schaff ich nicht. Das ist das. Das ist das. Ich bin hierhin. Ich bin hierher. Ich bin hier. Ich bin alleine, der ist das. Das war schon zu SEE. Ich war jetzt in Kumpen. Nee Nee, guck mal Wieder 2.12 Ist ja ärgerlich, dass der eine Gegner direkt vor mir steht Weißt du, der andere ist im Haus Ist ja ärgerlich Ist ja ärgerlich, dass der andere ist im Haus